Ein herzliches Willkommen in den Schwalm-Eder-Backstuben und wir möchten Sie mitnehmen auf eine Zeitreise. Wir möchten Ihnen den Beruf des Bäckers näher bringen. Der Beruf des Bäckers ist ein Beruf für Ausgeschlafene, die natürlich früh raus müssen, aber natürlich auch einen zeitigen Feierabend genießen können. Wir möchten Sie mitnehmen auf eine Reise durch die Backstube eines Mitgliedsbetriebes und möchten Ihnen zeigen, dass der Beruf des Bäckers ein interessanter, ein vielseitiger Beruf ist Wir verarbeiten frische Zutaten, Sie arbeiten in einem Team. Gemeinsam haben wir ein Ziel und das heißt Qualität. Die leckere Produktvielfalt von gesunden Nahrungsmitteln, die schmecken, bieten auch weitere Berufe rund um das Bäckerhandwerk. Nach der Auslieferung in die Filialen bedarf es geschulter Fachverkäufer, die die frischen Backwaren dem Kunden nahe bringen. Und dazu gehört nicht nur die freundliche Bedienung, sondern auch fundierte Produktprate. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017